Tür zu linken, Tür zu rechten, aber ich will erstmal aus dem Fenster gucken. Tür zu rechten, Tür zu rechten, Tür zu rechten, Tür zu rechten, Tür zu rechten. Hier, was wollen wir wetten? Kopf. Uns fehlt noch ein so ein Mythen-Ding. Oh, ich hab' ne Idee. Sie würden mir nicht gefallen. Ok, Synchronen. Und Synchronen. Und Synchronen. Das wird bestimmt lustig. Scheiß drauf. Warte, 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 warte. Viel zu viele Heile nicht anfassen. Ok, warum? Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Das war's. Das war's. Ernsthaft. Und weg. Das ist immer noch sehr angemessen, aber ich lass es mal durchgehen. Und es ist nicht so spannend. Ein Symbol des Überlebens. Und es ist nicht so spannend. Kaffee Wo kommst du denn her? Na komm, geh daun. Vielleicht hätte ich damals das Ding in der Mitte kaputt machen sollen. Klingt logisch, oder? Ja. War es das, die große böse Feuersache? Offenbar ja. Mach dich bereit! Ja. 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 So, das war Feuer, jetzt kommt Eis. Okay, das war doof. Ja, ich hatte gehofft, ich kann da durchrollen oder so, aber offenbar nicht. Kämpfer noch mal gegen die Weintüre heute nicht mehr. Oder doch? Ich weiß nicht, ich glaube eher weniger. Okay, das Ding zu timen wird jetzt richtig lustig. Aha. Oder auch nicht. Wie war das? Friedliebend und so? Sieht nicht sehr friedliebend aus, das hier. Das sieht eher aus wie... Leichenteile sind sehr nützlich, wenn man Zauber machen will. Armstiegende Welten-Schlange. Uuuuuh. Zeig mal. Uuuuuh. Machen die irgendwas Bestimmendes? Ne, erstmal nicht. Sehr, sehr friedliebend. Sehr, sehr friedliebend. Okay. Okay. Wie und nimmer? Lass sie in Frieden. Die meinen offensichtlich nicht uns. Komm hier. Interessante Truhe. Verstehe ich sie, Bu. Symbol des Herzens. Ja, komm. Hm. So viel dazu. Jetzt meine Belohnung. Okay. 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 Ich hab grad echt gesagt, kein Bock darauf. Ich hab grad echt gesagt, kein Bock darauf. Ich hab grad echt gesagt, kein Bock darauf. Maier. Two erinnen und die accuracy sind. Ich hab grad echt gesagt, kein Bock. Ähm. Ja. 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 Aua. Der tat irgendwie weh. Dauert es ja nur ein paar Sekunden, bis der Rest weg ist. Stell dich aber auch blöd an. Ich bin bereit und fang. Und bleib auch unten. Luba, noch nicht bereit. Leider. Das heißt, du kannst nicht. Ah, wo kann ich fragen, wo ist der Rest? Okay. Findet ihr es eigentlich gut, wenn ihr seid Eisviecher und ihr kämpft hier mitten im Schlamm? Was ist denn, genau das meine ich nämlich damit? Du bist gerade nur voll am Abkacken, weil dein Boss weint, er müsste hier die Klammwerfer installieren. Es klingt langsam normal. Okay, was fehlt noch? So, ich musste auf den Bub warten.